hier sind wir wieder Leute bei der F2 2 Ok, in der letzten Episode war ja ganz schön Chaos in der Kanalisation und ja, das Chaos geht weiter gibt es hier noch Oh, sicher! Rachele und Biker-Dude sind hier in der Tat Hey, I... oh, yeah! Hey, Mann, ich sah wie ihr zwei wir uns ansehen sind wir bereit? Na, fertig! Ach ja, jetzt treffen wir auf die Helden von Left 4 The Dines Yeah, Left 4 The Dines Na ja, hey Francis Ha, sorry Lippenbewegung Wait, was? Jimmy Gibbs Junior war eine Legend Ja, du hast das richtig Ja, das ist ein Hund Das ist ein Hund Ja, das ist ein Hund Das ist ein Hund Finale Und... Ich hoffe, wir werden es schaffen Ich bin aufgeregt Aber es sollte alles gut gehen Und los! Gut, Leute, ich bin etwas aufgeregt Gut, also, erster Tank Ich bin etwas aufgeregt Ich bin etwas aufgeregt Ich bin etwas aufgeregt Und rein da Erster Tank Erster Tank Erster Tank Okay, ich werde hier definitiv nicht den Katana nehmen Weil das ist echt ernsthaft jetzt hier Das ist echt ernst, Mann Oh nein, da kommen welche Oh, Hunter, Hunter, Hunter Nichts, Alter Guck mal Ich hab's, ich hab's, ich hab's Wo lang, wo lang, wo lang Nach unten, nach unten, nach unten Bäm 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 Ja, was ist los? Okay, komm, es sind 10 Tanks. Und ich glaube, er kommt später auch noch Tanks. Aber ich weiß es nicht, ich will es auch nicht hoffen. Aber wohl, du übel würdest du sein. Schön, dass sie mich verfolgen. Also meine Mitüberlebenden. Das ist sehr nett von denen. Okay, lauf, 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 lauf. Hä, sorry. Los geht. Hey, warum lässt du das fein, du Faulhorst? Rein da. Ich glaube, da oben liegen noch welche. Ah, da sind sie. Ja, da ist einer. Einer ist schon mal besser als keiner. Okay, mit dem haben wir dann schon mal die Hälfte aufgefüllt. Und das ist, äh, gut. Und da klingelt das Telefon, wir sehen uns gleich wieder. Äh, das ist nicht so hoch und trotzdem stören sie die Aufnahme. Tja, egal. Egal. So, dann haben wir jetzt die Hälfte. Und das klingt ja noch ein Tank. Leute, ihr schafft das schon. Ich verpiss mich in der Fett mal. Okay, ich glaube, hier können wir auch lang. Ist ihm nicht sicher sogar, dass man hier lang kann. Hey, Zoe. Tatsache, da liegt ein Tank. Achso, ich habe hier bei mich geschossen. Francis. Okay, äh. Ich habe ein. Was ist denn da? Na, ein Basebeschleger und so. Ah, okay. Brauche ich nicht. Okay, kommt, Leute. Das schaffen wir doch easy. Okay, komm, ist doch easy. Easy peasy lemon squeezy. Kann nichts passieren. Hoffentlich. Er fehlt ja nur arm. Oh mein Gott, er fehlt nur arm. Rutsch mal. Danke. Oh, Boomer? Scheint doch jemand infizios. Ah, da war ein Boomer. Was willst du? Da, 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 da. Hm, Zoe. Okay, noch zwei, noch zwei, noch zwei, noch zwei, noch zwei. Oh, wunderbar, schau, schau. Wow, scheiße, scheiße, Leute, 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 hilf mir, hilf mir. Ja, guck nicht nur hin. Ey, die Bochelle ist doch echt blöd, oder? Oh, der ist auf meinem Kopf, und wo zieht die hin auf den Boden? Ja, das ist auch wieder sehr clever. Ah, Adrenalin. Komm, damit geht alles. Los, Alice. Adrenalin. Damit schaffen wir es. Oh nein, das ist ein Tränk. Okay, komm, schaffen wir trotzdem. Ich habe einen. Oh, ich habe einen. Scheiße, ich bin nicht. Ne, ich merke nicht, ich bin nicht. Aber... Uuuh, boomer. Ich kotze mich bitte nicht vor, er hat mich vorgekotzt. Uuuh. Gott, bin nicht geflogen. Ich sehe nichts. Oh, wo ist der Tänk? Ich muss ihn anzünden. Ich muss den Tänk anzünden, komm. Ja, gut, ich wollte gerade sagen, easy, easy, lemon, spicy, aber anscheinend ist das doch nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Oh, bitte nicht. Oh, war klar. Oh, ja, klar. Oh, ja, klar. Ich hatte wiederbelebt, das ist schön. Oh, scheiße. Okay, komm, jetzt. Ja, genau, schmeiß da hin. Komm, verbrennt doch alle. Ist mir scheißegal, ob der Tänk brennt mit. Er brennt. Gut. Ja. Mach es mal später. Okay, wo ist jetzt der Tänk? Der liegt irgendwo da hinten, also der Kanister. Ja, hier hat mich der Tänk ganz schön weggeschlagen. Das Auto, das sieht irgendwie verkehrt aus. Ja, ja. Okay, komm, rein da, rein da, rein da. One more can do it. Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt noch ein paar Tanks kommen werden. Also einer jedenfalls noch. Da bin ich mir sicher. Da bin ich mir sogar sehr, sehr sicher. Das ist aber schlecht, dass ich mir da so sicher bin, weil ich das nicht unbedingt haben möchte. Vergiss es. Oh, Mann. Ja, genau. Ja, komm, egal. Ja, lass mich mal beruhigen. Ich möchte uns gerne hier das Leben retten. Was euch ja anscheinend scheißegal ist. Okay, kommt. Kommt schon, Leute. Ester Tank. Ester Tank. Scheiße, sie kommt, sie kommt, sie kommt. Rennen, 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 rennen. 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 Für auf, für auf, für. Ja. Okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Jetzt werde ich bestimmt nicht abgräbeln. Das kannst du vergessen. Francis hat schon getötet. Danke, Francis. Komm schon, komm schon, komm schon. Geh auf, scheiße, sie kommen. Geh auf. Zoe, ich werde dich vermissen. Aber ich muss jetzt gehen. Tschüss, Loser. Ja. Steig ein, steig ein. Komm schon, komm schon. Ja. Geschafft, Leute. Ich denke, wir werden noch mehr sehen, wie jetzt. Okay, Zoe. Zoe sah traurig aus. Das letzte Mal, als das gespielt habe, hat gesagt, I'm going to miss Alice. Ich werde sie hier auch vermissen. Okay, wir haben es heute geschafft. Das Display leigt sich den Ende zu, Leute. Hat aber Spaß gemacht, mit euch zu spielen. Also, was sage ich das jetzt? Also, noch Zeit, wir haben noch zwei Kampagnen vor uns. Okay, ähm. Ja. Bis zum nächsten Mal. Und. Tja. Danke fürs Zuschauen.